Und so war ich 1984 auf dieser Stelle in Kolumbien und sind mit 100 Leuten nach die Fidschade geflogen, das ist der Orinoco-Fluss und dann hat ein junger Mann, Paolo Logari, gesagt, das war ein Regenwald vor 100 Jahren, wir werden das neu aufforsten. Und dann haben 99 Leuten gesagt, du bist ja verkloppt, kannst du nicht sehen, das ist ja unmöglich. Naja, steht ja da, 8000 Hektare neu aufgeforstet. Und wir haben die Vielfalt von 17 verschiedenen Sorten Gras auf 256 Pflanzarten gebracht. Wir haben eine Brücke gebaut mit der Natur. Und dank Orinoco und Amazonenwald haben wir jetzt die neue Vielfalt ermöglicht. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass wir die Vielfalt, die Bio-Vielfalt der Natur, ja, wir sollen der Schirmherr sein von dieser Vielfalt. Nein, wir müssen die ermöglichen, sich weiter zu entwickeln. Weil wenn wir nur schützen, dann verlieren wir. Aber das Wichtige ist auch, dass wir innerhalb von einer Generation, ist es uns gelungen, ein Grundstück, das wir für 1 Dollar pro Hektar gekauft haben. Wenn man ein Grundstück kauft für 1 Dollar pro Hektar, dann ist es nichts wert. Es gibt nur Krankheit, es gibt nur Probleme, es gibt keinen Weg, es gibt keine Elektrizität, es gibt nichts. Aber heutzutage ist es 3.000 Dollar pro Hektar wert. Laut JP Morgan, nicht laut Gunter Pauli. Weil ich habe in 1991 einen ersten Artikel geschrieben über Nullemissionen. Kyoto-Protokoll, darüber hat man noch gar nicht geredet. Klimawechsel hat das noch gar kein Thema. Er sagt, wir müssen Geschäftsmodelle entwickeln, die uns erlaubt, alles zurückzugewinnen. Null Auspuff bedeutet nicht, dass es nicht mehr rauskommt. Das bedeutet es nicht. Das bedeutet, dass was rauskommt, zurückgewonnen wird mit Mehrwert. Weil ich bin der Meinung, dass wir müssen dringend, dringend Fragen stellen, die ja so selbstverständlich sind, aber die man nicht stellt. So zum Beispiel, Sie kennen die Gesetze der Schwerkraft nicht, der Apfel, der geht runter. Aber wie ist der Apfel hoch im Boden gekommen? Wir sind so gewohnt, dass man uns nur die Fragen stellt, wofür wir schon eine Antwort haben. Aber es lohnt sich dann auch, die Frage zu stellen. Die Proben, die Prüfungen, die man machte auf der Universität. Der Professor kennt alle Antworten. Warum sitzen wir denn hier? Ja, aber bitte doch. Meine Prüfungen als Professor an die Politecnico de Torino ist ganz einfach. Die Studenten müssen mit Fragen kommen, worauf ich keine Antwort habe. 20 auf 20. Das sind die guten Studenten. In meinen hunderten von Reisen, die ganze Welt rund, hatte ich gesehen, dass Bambus das wichtigste nachhaltige Baumaterial der Welt ist. Aber derjenige, der an einem Bambushäuschen wohnt, glaubt, der wohnt in Armut. Weil Bambus ist Symbol der Armut. Und ich habe mich damals vorgenommen, das Symbol will ich ändern. Und hier sehen Sie ganz einfach acht Schritte, um einen Bauer in Kolumbien oder Vietnam zu zeigen, wie er sein eigenes Haus wachsen lassen kann. Nicht bauen, nicht eigenes Haus bauen, eigenes Haus wachsen. Wir haben dann ein Buch herausgegeben bei Fitra Design in Weidem Rhein. Grow your own house. 1.500 Euro um das Gebäude, zwei Stock mit Balkon, bitte. Das ist Innovativität, das ist Kreativität, das ist Durchsetzen. Und das hätte nie gelungen, wenn wir keine deutsche Baugenehmigung bekommen hätten. Wir müssen weitergehen, als für Denken möglich ist. Wenn wir nur das tun, was wir denken, das möglich ist, schaffen wir keine nachhaltige Gesellschaft. Nicht in 20, nicht in 30, nicht in 100 Jahren. Seit 2005 bin ich sehr beschäftigt mit einer Frage, die ist, wie funktionieren die Ökosysteme? Ich habe eine Analyse gemacht über die rote Wirtschaft, wo wir immer wieder mehr herstellen möchten von das Gleiche, sodass der Marginalpreis immer etwas runtergeht. Und dann merken wir, weil wir selbst nicht mehr wachsen können, dann müssen wir ja andere Unternehmen aufkaufen. Und dann kaufen wir und kaufen wir und dann verschulden wir uns und am Ende des Tages arbeiten wir nur mit, was wir nicht haben. Unsere Wirtschaft heutzutage ist eine Wirtschaft, die funktioniert mit, was wir nicht haben. Und deswegen ist sie nicht nachhaltig. Und deswegen wird die Pleite gehen. Die grüne Wirtschaft, 1.0, ist eine Wirtschaft, wo wir mehr zahlen für grüne Energie. Wo gesunde Produkte mehr kosten. Alles, was gut ist für den Menschen und die Natur, ist teuer. Bitte. Für wem ist das? Das ist nur für diejenigen, die in der rote Wirtschaft viel Geld verdient hat. Der kann es sich leisten. Für die anderen 5 Milliarden Menschen auf dieser Erde geht es nicht. Und wir müssen endlich mal durchdenken, warum diese grüne Wirtschaft sich nicht durchsetzen kann. Weil sie ist einfach zu teuer. Und wir sollen nicht vergessen, dass alle Staatszuschüsse am Ende des Tages müssen bezahlt werden mit Steuergeldern. Alle. Und das Nachteil ist, dass Staatszuschüsse werden heute gegeben und die Steuer werden sie für die nächsten 50 Jahre zahlen. Und wir vergessen, wenn es keine guten Renditen gibt für Industrieprojekte, Geschäftsmodellen, dann kommt kein Kapital auf den Tisch. Man muss das haben. Und deswegen habe ich mir vorgestellt, wir brauchen einen neuen Ansatz. Und das ist dann zusammengefasst worden in der Blue Economy, ein Bericht an Club of Rome. Wo ich erstens mal Nachhaltigkeit definiere. Was ist nachhaltig? Nachhaltigkeit für mich ist die Kapazität, alle Grundbedürfnisse von allen sicherzustellen mit was man hat. Das können wir auch tun. Weil so hat die Natur sich über Millionen Jahre entwickelt. Wir sind am besten 10.000 Jahre Kulturphänomen. Die Natur ist da 100 Millionen Jahre. Und deswegen sollten wir versuchen, das zu verwenden, was wir haben, mit mehr Kreativität und viel mehr Innovativität. Wir müssen, wenn wir nachhaltig, eine nachhaltige Wirtschaft haben wollen, müssen wir etwas ersetzen mit nichts. Ja, das ist ja so ein richtiger Zen-Gedanke, nicht? Das ist ja etwas ersetzen mit nichts. Und dann sagt man, das geht nicht. Naja, das geht schon. Man muss hier ganz einfach das Geschäftsmodell ändern. Die Natur ist so kreativ, dass ich weiß, wenn ich meinen Kaffee trinke, und vielleicht wissen Sie das nicht, aber wenn Sie Kaffee trinken, dann trinken Sie nur 0,2% von den Kaffeebohnen. 99,8% ist Abfall. Und das verrottet ja. Und das produziert der Methangas. Sie haben nie gedacht, ich bin Kaffee trinke, so deswegen bin ich verantwortlich für Klimawechsel. Sondern so denken wir nicht. Dann denken Sie jetzt nicht, ich bin Teetrinker. Nein, nein, Tee ist schlimme. Die Teetrinker verwenden nur 0,1%. Aber wir sollten deswegen nicht sagen, Sie sind schlecht, weil Sie trinken Tee und Sie haben Abfall. Nein, wir sollen den Abfall zurückgewinnen. Und das machen wir jetzt mit mehr als 15.000 Personen die Welt rund. Es hat mich zwölf Jahre gekostet, um das erste Projekt in Europa zu machen. Wir haben 10.000 schon Leute in Kolumbien, Kaffee-Land, in Zimbabwe, in Tansanien, wo man Abfall auf dem Bauernhof verwendet, um Pilze zu züchten. Weil normalerweise der Vegetarier, der Shiitake haben will, weil er esst ja Shiitake, weil es Vegetarier, weil er die Tiere nicht töten will, ja leider vernichtet er das Wald. Weil die Chinesen holzen ab, vor allem diese Eichen. Eichen werden abgeholzt um Shiitake-Pilzen. Man rettet das Tier und man vernichtet den Eichen. Das sieht man nicht. Das Problem ist, wir denken nicht verknüpft. Voriges Jahr sind wir angefangen in Amsterdam, jetzt sind wir in Berlin und in Madrid. Da haben wir ein Abkommen jetzt gemacht mit Starbucks in Spanien und wir werden 600 Arbeitsplätze schaffen in Spanien, nur mit Abfall vom Kaffeesatz. Nur mit Kaffeesatz, nur von Starbucks. 600 Arbeitsplätze. Um was zu tun? Um Pilze anzubieten an ein Drittel den Preis. Das ist Blue Economy. Das Beste, das Gesundeste soll das Billigste sein. Und so sollten wir Innovationen der Marktes verwenden, um das zu ermöglichen. Und Abfall von Pilzen, alle essentiellen Aminosäuren, die das Schwein braucht, sitzen drin. Und deswegen ist das ausgezeichnete Schweinefütter. Statt Problem für die Mülldeponie haben wir jetzt mehr zum Essen, Gesunderes zum Essen und wir haben Methangas umgesetzt in CO2. Eine Verbesserung von Faktor 21. So sollen wir denken. So sollen wir unternehmen. Jede Woche präsentiere ich ein neues Geschäftsmodell auf dieser Seite in Deutschland. Blue Economy.de Jede Woche ein neues Geschäftsmodell. Open Source. Wie kann man die neue Gesellschaft sagen, ah ja, aber Patent ist meines. Copyrights sind meine. Nein. Wir sollen teilen. Mitteilen. Wir sollen die Utopia in Topia umsetzen. Einer von meinen Mentoren war Shoiziro Honda. Ich habe das Glück gehabt, drei Monate auf seinem Büro zu arbeiten, in 1980. Er sagte, es gibt Leute, die traumen, um die Realität zu flüchten. Es gibt andere Leute, die träumen, um die Realität für immer zu ändern. Ich hoffe, sie werden die Realität für immer ändern. Danke.